Was geht Freunde? Ich habe heute schon mal wieder ein Schreck-Horror-Game gespielt. Wir dachten uns, wir gehen mal nachts im Wald campen und sind dann auf eine mysteriöse Hütte gestoßen. Und wir wurden jedes Mal wieder aus dem Schlaf gerissen von komischen Geräuschen. Als wir uns dann auf die Suche gemacht haben, woher die kommen, ist uns was ziemlich Schreckliches passiert. Ich will aber nicht zu viel spoilern lassen. Sehr, sehr gerne liken, kommentieren und ein Abo da. Sehr, sehr gerne, die kommen auf Twitch, die Streams, um an den Chat teilzunehmen, der gerade nicht da ist, weil ich das Intro auf Stream aufnehme. Viel Spaß mit dem Video. Wir gehen rein. Das letzte Mal haben wir es gespielt und haben gesehen, dass es einen Teil davor gab, der auch schon auf YouTube online ist. Wir gehen jetzt rein. Chat, Schreck sieht friedlich aus. Ist das Blut auf seiner Axt? Chat, ich glaube, wir sind offiziell gekommen, ich mach jetzt. Sag mal, wer hat hier jetzt gerade den Strom ausgemacht, hä? Sag mal, wer hat hier gerade den Strom ausgemacht, Chat? Extra Volume. Ihr wollt mir sagen, das ist das niedrigste, wie der Ton sein kann. Okay. Chat, Ton so gut? Passt Ton so? Dann schreibt eine Eins rein. Okay. Okay. Okay, Minimal, Minimal höher vielleicht. Vielleicht doch noch ein Minimal höher. Äh, aha. Vielleicht auch noch Minimal höher. Chat, ich glaube, alles passt so. Okay, irgendjemand hat den Strom hier ausgemacht, hä? So, wer war das? Wo haben wir den Strom? Chat, wo macht man den Strom aus? Draußen, hab ich recht? Gib mir das Licht erstmal. Warum spiele ich im Extreme Mode, wenn ich den normalen Modus ausgewählt habe, Chat? Ich wähle den normalen Modus und ich spiele im Extreme Mode. Auf keinen Fall. Jetzt. Jetzt ist auch alles viel heller. Okay, wir schauen raus, Chat. Irgendjemand hat den Strom ausgemacht. Hallo? Sieht irgendwie da jemanden Spaß erlaubt, hä? Haha, wie witzig. Ah! Wir gehen nach Hause und essen unseren Apfel, Chat. Wir gehen nach Hause und essen... Mach die Tür sofort zu. Mach die... Mach die... Mach die... Mach die... Mach die... Das war's, Chat, wir sind tot. Wo ist mein Apfel? Chat, wo ist unser Apfel hin? Wir wollten einen Apfel essen. Im Kühlschrank? Chat, wo ist der Apfel hin? Wo ist mein verdammter Apfel? Chat, hat jemand meinen Apfel gesehen? Wo ist mein Apfel? Chat, ich will den Apfel essen. Im Müll ist er. Ich bezweifle, dass wir hier einen Mülleimer haben. Draußen im Müll. Ich glaube nicht, Chat. Chat, Chat, Chat. Schlechte Neuigkeiten, ich glaube nicht. Geh zum Labyrinth... Unten links steht's, Chat. Oh mein Gott. Geh zum Labyrinth und finde den Apfel. Wo ist das verdammte... Oh. Okay, Chat, wir suchen uns einen Apfel. Der Erste, der ihn findet, wird gemordet, by the way. Ja. Der Erste, der ihn findet, wird gemordet. Chat, wo ist der verdammte Apfel? Warum gehen wir freiwillig in den Labyrinth? Und warum ist es vor unserem verdammten Haus ein verdammtes Labyrinth? Egal. Yo, wo ist der Apfel? Oh man, ich will gerade alles für den Apfel machen, Chat. Ich meine es ernst. Aber ich finde ihn nicht. Chat, ich habe ihn verlaufen. Ich glaube, das ist der Sinn von einem Labyrinth. Aber ich glaube, ich habe mich offiziell verlaufen. Warum ist hier eine Leiter? Okay. Okay. Jeff, wo ist der verdammte Apfel? Ich gehe gleich durch. Ich meine es ernst. Wo ist der verdammte Apfel? Apfel. 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 Yo, was will Shrek von mir? Sind wir der Esel? Warte mal. Einzelne Chat, wenn ich ein Esel bin. Also im Game. Okay, wir gehen zu unserem Brunnen und holen uns Wasser, Chat. Weiß jemand, wo der Brunnen war? Ja, wo ist der Brunnen? Ja, wo ist der Brunnen? Chat, seit wann haben wir einen Brunnen? Oh mein Gott. Wir haben eine Map. Okay, wir müssen jetzt hier geradeaus weiter. Oh mein Gott, wir müssen komplett außerhalb laufen. Chat, ich drehe durch. Ich drehe durch. Yo, aber da will you game, dass man eine Map hat. Chat, für ein real cooles Game, dass man eine Map hat, Chat. Okay. Jetzt hier zurück. Aha. Wo ist der verdammte Brunnen? Sackgasse. Wo ist der verdammte Brunnen, Chat? Okay, hier links und dann geradeaus. Jetzt geradeaus, Chat. Jo, das ist stressig. Hallo, SpongeBob. Wollen wir heute ein paar Quallen fischen? Hier. Okay, Chat, wo ist unser Brunnen? Chat, wo ist der Brunnen? Hinterm Haus. Hinterm Haus ist der Brunnen. Okay, wir holen uns ein bisschen Wasser. Wer hat unseren, wer hat unseren Brunnen zerstört? Chat, wer von euch war es, ha? Wer von euch hat den Brunnen zerstört, ha? Ich, ich, ich war es. Oh, ihr seid noch so blöd und gebt es zu, Chat. Willkommen auf der gewandten Liste. Okay, wir suchen den Hammer. Hoffentlich ist der Hammer auch irgendwo markiert. Da rechts beim Apfel war auch der Hammer. Ich werde meinen Verstand verlieren. Chat, ist es soweit? Ich verliere meinen Verstand. Jo, warum kann da keine Leiter irgendwo sein, dass man eine Abkürzung nimmt? Wir gehen hier durch. Kleine Abkürzung vielleicht doch. Wir gehen nicht daran, dass es eine Sackgasse. Chat, W-Game, dass man eine Map hat. For real. Nur kleines Problem, ich bin zu blöd, um verdammt nochmal Karten zu lesen. Chat, wer ist bei den Farbfindern? Sei ehrlich, schreib mir eins rein. Wer kann mir helfen, wie ich eine verdammte Karte zu lesen habe? Haben wir eine mit den Farbfindern? Hier rechts und dann links. Lies sie einfach. Danke für den Tipp. Jetzt finde ich auf jeden Fall zum Hammer. Ich brauche jetzt noch keine Crowbar. Hör mir zu, Sportsfreund. Wie wäre es, wenn du sie trotzdem mitnimmst, damit wir hier nicht nochmal reinlaufen? Der Typ hat zu lange am Kleber geschnüffelt, Chat. Ich meine es ernst. Der Typ hat zu lange am Kleber geschnüffelt. Ich meine es ernst, Chat. Oh Mann. Okay, wie finde ich hier wieder raus? Rechts und dann wieder links. War das richtig? Bitte lass es richtig gewesen sein. Let's go! Okay, da hinten über einen Baumstamm springen, dann haben wir es. Wui! Okay. Jeff, wir machen den Brunnen jetzt fix. Und dann, bitte sagt mir nicht, wir brauchen dann die Crowbar. Bitte sagt mir nicht, wir brauchen dann noch die Crowbar. Geh nach Hause. Mach das Licht, bring das Licht weg und schlafe. Okay, nichts leichter als das. Ach, hier. Okay, wir gehen schlafen, Chef. Oha! Wollen wir nicht irgendwie so Jalousien? Schwenk, 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 schwenk! Chat, seid leise, der sieht nicht aus wie ich. Ähm, war das jetzt ein Albturm oder nicht? Oh, wir brauchen Licht, 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 Licht. Ich Idiot, der ist fast vergessen. Hallo? Schwenk! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wir müssen Zwiebeln finden, Chef! Mach die Augen auf, wir brauchen Zwiebeln! Hier ist eine, hier ist eine, hier ist eine. Schwenk! Chef, wir brauchen so schnell, bis nur die Zwiebeln. Die zweite, die zweite, die zweite! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin sterben, ich bin sterben, Chef! Wir brauchen sieben verdammte Zwiebeln! Ähm, GG. GG! Ich hab mir in die Hose gemacht, ich mein's ernst. Ja, der ist in die Hose gegangen. Der ist in die Hose gegangen, Chef! Es ist so weit. Ich bin tot, ich bin tot. Chat, ich bin tot. Chat, ich finde keine Zwiebeln mehr. Ich finde keine Zwiebeln mehr. Drei noch, drei noch, drei noch, drei noch. Macht die Augen auf, Chat, ich brauche euch! Ist das der Eingang? Sind wir hier sicher, wenigstens? Jo. Chat, schreibt da ein, wenn euer Herz auch im Minimum 69 Rückwärtsalters gemacht hat. Das war's. Okay. Hört auf, den Helden spielen zu wollen oder auf End of Heart zu machen. Wir können eine Zwei schreiben. Wo ist Shrek? Drei Zwiebeln noch. Wir brauchen noch drei Zwiebeln. Chat, ich habe mich verlau- Ich werde sterben. Warte mal, ich bin tot. Einer schreibt mit seiner First-Time-Message, dass Shrek oben rechts ist. Nein, oben links. Blutsbruder ist auch noch, hat eine Links-Rechtschwäche. Chat, ich finde keine Zwiebeln mehr. Aber ich brauche welche. Bitte lass hier eine sein. Wo sind die Zwiebeln? Wo sind die verdammten Zwiebeln? Zwei noch, zwei noch, zwei noch. Ich bin tot. Da müssen wir hin, wenn wir alle Zwiebeln haben. Habt ihr das gesehen? Da müssen wir mit den Zwiebeln dann hin. Okay, good chat. Eine noch, eine noch, eine noch, eine noch, eine noch, chat. Spreiz die Augen, Lida. Oder wie das heißt. Chat, wo könnte noch eine sein? Ich sehe sie, ich sehe sie. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Hier geradeaus. Bitte nicht, Shrek. Wir müssen an Shrek vorbei. Keine Chance. Let's go. Und jetzt? Und jetzt? Rechts, 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 rechts. Sie müsste hier sein. Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Wir haben sie. Wo mussten wir nochmal hin? Ich Idiot weiß nicht, wo wir hin mussten. Hier. Let's go. Verstück dich, verstück dich. Gabi, ich wüsste den verdammten Chat. Ich will von jedem einen Weg. Ich will von jedem einen Weg sehen. Auiah. Und wir sind gekidnappt, offiziell. Chat zu viel gefreut. Das wird so viel Spaß machen. Ähm, nein. Will er mir gerade sagen, dass ich... Ich laufe schon. Ich laufe schon. Ich laufe. Wir sind offiziell verflucht. Das war's. Okay, wir sollen nach Hause rennen. Hat er mich vergiftet? Okay, Chip, wir müssen fünf Burger finden. Wir müssen auch fünf Burger finden, die sind irgendwo im Labyrinth. Warte mal, wie soll ich in der Lage sein, da... Che, wir brauchen irgendein Item, womit wir das zerstören können. Wir brauchen irgendein Item, womit wir den Tisch zerstören können. Hat ihr mal eine Idee? Wir haben... Wir haben... Wir haben einen Stein. Heia! Okay, denkt ihr, Shrek jagt mich, werden wir die Burger sammeln? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Chat, chat, chat. Ich hoffe nicht. Ich glaube aber nicht. Okay, wir halten es hier rechts und dann finden wir den Burger. Wie wär's, wenn die Lampe minimal mehr beleuchten würde? Wie wär's, wenn die Lampe auch nur minimal mehr beleuchten würde? Chat, ich drehe durch. Okay, hier rechts. Hier rechts. Chip, wo war nochmal die Crowbar? Oh. Mein. Gott. Wo war nochmal die verdammte Crowbar? Yo, ich könnte schwören, die Crowbar war hier irgendwo. Aber sie ist hier nicht. Aber sie ist hier nicht. Warte mal, hier geradeaus und dann links. Aber von da kommen wir halt. Von hier kommen wir nicht. Von hier kommen wir nicht. Bitte lass hier einfach die Crowbar sein. Ja! Okay, 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 okay. Let's go, Chip. Wir haben die Crowbar. Okay, 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 okay. Okay, ab zurück zu dem Holzding da oben. Und dann kommen wir weiter. Ab zurück zum Holzding, dann kommen wir weiter. Und wo war es nochmal? Ich kann wirklich keine Karten lesen. Ratet mal, welche Not ich in Geografie hatte, Chad. Seid ehrlich. Okay, jetzt alle Burgersuche. Wenn wir hier vorgehen... Nein, 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 nein. Shrek, bitte nicht. Shrek, Shrek. Sag mir bitte, wir haben Checkpoint. Okay. Hier können wir ihn austricksen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, Chad. Hier können wir ihn austricksen. Shrek! Okay, ich darf jetzt nicht verlaufen. Nicht verlaufen, Chad. Nicht verlaufen, Chad. Nicht verlaufen. Nicht verlaufen. Let's go, bis in Richtung. Warum ist Shrek so schnell diesmal? Burger, Burger, Burger. Hier rüber, hier rüber. Chad, wo sind alle Burger? Zweiter, hinter. Shrek! Warum können wir durchsteuern? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Hier können wir ihn austricksen. Komm her, Shrek. Komm schon. Was ein Loser. Ich bin tot. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Burger, Burger, Burger. 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 Burger! Chad, wo ist der letzte Burger? Burger! Nein, nein, ich muss genau dahin. Wir müssen da hin, wo Shrek gerade ist, Chad. Chad, wie soll ich da hinkommen? Shrek! Ich fülle den letzten Burger nicht. Ich fülle den letzten Burger nicht, Chad. Nein, nein, nein. Ich habe ihn! Shrek! Oh mein Gott, er steht hinter mir. Chef, wie komme ich hier raus? Hier rechts, hier rechts, hier rechts. Ich bin tot. Was muss ich machen? Ich muss die Straßenlaterne... Was? Chad, ich check's nicht, ich check's nicht, ich check's nicht. Ich kann nicht Pause drücken, ich Idiot. Chad, ich habe alle Burger. Was jetzt? Ich habe doch alle. Jetzt raus? Aber wo? Chad, unten links steht was. Renn aus dem Mace raus, indem du das Straßenlicht wegziehst, sobald alle Burger gefunden wurden. Chad, ich glaube, ich werde sterben. Ich hyperventiliere gleich. Welche Straße? Seht ihr, wo Shrek ist? Chad, wir müssen irgendwie... Oh mein Gott, wir müssen zum Ausgang vom Mace da kommen. Heißt, wir müssen hier durch... Ich werde sterben. Wir müssen hier durch... Ich werde mich verlaufen. Links und dann direkt nochmal links. Wo ist er? Ich sehe ihn, hier ist das Problem. Er ist hier, hier. Ich bin tot. Er ist direkt da. Nein! Wir müssen zum Ausgang von dem Mace, Chad. Wir müssen irgendwie zum Ausgang von dem Mace kommen. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist, Chad. Bitte nicht, ich packe es nicht nochmal. Ich packe es nicht nochmal. Ich packe es nicht nochmal. Chad, wo war der Ausgang? Dreck! Wie hat er mich gefunden? Wie hat er mich gefunden? Schreck, ich hab dir nichts getan. Wir können es mit Worten kennen. Schreck! Yo, Schreck, you sind bold? Warum ist er so schnell? Sind wir tot? Huh? Wenn du ein YouTuber bist, würdest du sie gerne... Aus... Warte mal, was muss ich drücken? Ja, wenn hier ist auf Jage und die Musik ist André durch. Du bist aber kein YouTuber. Ich bahne den weg. Ich mein's ernst. Ich muss wieder acht Zwiebeln finden. Ich brauch einen Schlüssel. Schreck, wie wär's, wenn du mir deinen Schlüssel... Ich bin tot. Wie soll ich ihn jetzt hier abhauen? Da kommt er nicht hoch. Shit. Ich hab seine Axt geklaut. Oh, wir müssen da hoch. Okay. Shit, ich bin zu klein. Okay, ich verstehe nicht, was ich machen muss. Ich schlag was zusammen. Ich muss was zusammenschlagen. Ich will kurz auf was zusammenzuschlagen, meinst Herzen.